Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Hybris zusammen mit dem McManus. Hi Leute! Yo! Und wir sind heute mal dabei, wieder ein bisschen effizient zu sein. Manus ist gerade am rausgießen von dem Gedöns. Ich bin am Kuhmelken, dass der Ast fliegt. Ne, ähm... So, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Laser. Brauchen wir nämlich den Thermal, wenn ich mich nicht täusche. Genau, wir brauchen die Diamant-Elektrolight-Sachen. Dafür brauchen wir den... ...Fabricator. Ähm, dafür brauchen wir nämlich die Sachen hier und dafür brauchen wir ein bisschen Gold. Jetzt ist die Frage, haben wir noch Gold hier drin? Hast du den Thermionic bauen oder sowas? Ja, den wollte ich gerade bauen. Achso, okay. Ja, schnell. Ich hab schon ein bisschen was zu den gezogen. Äh, und zwar das Study-Casing müssen wir schon fertig haben. Wenn ich die Bronze-Ingels wiederfinde, die ich irgendwo hingelegt hab, man... Da sind sie gefunden. Ich bin eine Lederkatz. Ähm... Hast du zufälligerweise Interesse daran, äh, Gold zu suchen? Gold, 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 Gold... Brauchen wir Gold? Also Gold hier... Ja, das ist jetzt gerade die Frage, hast du... ... oder sowas, der jetzt bei dem Int ist? Äh, nein, Gold nicht. Aber Gold ist drin. Ja, also das Gold, was wir da drin haben, ja, aber das ist halt relativ wenig von dem, was wir brauchen. Ähm... Aber müssen Sie mal... Ich hab's jetzt mal an die Stelle gestellt, wo wir's brauchen. Kannst du mal kurz den Inget-Cast drauflegen? Hm... Jo... Jo... So, ja, Kuh, wie geht's dir? Oh, du bist ja fast... Pult! Das ist nicht nett. Ähm... Wir könnten übrigens diese Kuh mit einer Schere scheren, dann wären es eine normale Kuh und wir würden die Pilze abschneiden. Das ist... Ähm... Ich geh trotzdem mal runter, eine Etage tiefer. Und, äh... Guck mal nach Gold. Sehr cool. Tschup, 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 tschup. Tschup, tschup, tschup. Aber Copper und so weiter haben wir auch nicht, doch? Haben wir... Hier haben wir Copper. Doch, 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 doch. Guck mal hinten in der einzelnen Kiste hinter dir. Ja, da sind ein paar Blocks drin, die hab ich schon gesehen. Das ist sehr cool. Äh... Und wir brauchen einen Hammer, weil wir brauchen, um das Ganze hier herstellen zu können, auch eine Iron Chest fällt mir gerade auf. Und die ist ja machbar für uns. Also da brauchen wir Iron Plates, das ist auf jeden Fall machbarer als die Copper. Der Iron Chest fällt mir gerade auf. Deswegen. Wir haben ja noch ein bisschen Eisen, allgemein. Ja, hier auch noch 26 Stück drin. Ich glaube aber, das ist das einzige Eisen, was wir gerade hier irgendwo haben. Oder? Ja, das ist alles in der Schmelze drin, der Rest. Aber wir haben noch so viel Ohr. Also, äh, wir müssen gleich, äh, wenn wir das Gold draußen haben, das ist übrigens ziemlich dämlich, dass wir das so machen. Deswegen, wir gießen es mal ganz kurz einmal als Block raus. Das brauchen wir nämlich sowieso. Bring mir ein bisschen Kohle mit. Bring mir ein bisschen Kohle mit. Okidoki. Los! Du bist so eine feine Kuh! Ja! Die guckt mich immer so komisch an, wie die Liebe. Oh! Liebe mit Kuh? Ich weiß nicht. Kuhliebe toll! Bauern-Kaff-FTV! Ich muss da immer an einen Ort bei uns in der Umgebung denken. Jeder muss da immer an einen Ort in irgendeiner Umgebung denken. Weil es gibt immer so diese Orte so, von wegen, ja, über Bielefeld lacht die Sonne, über Karlsruhe die ganze Welt und so was weißt du? Naja. Gibt's halt immer... Ich habe jetzt mal extra welche genommen, die weit auseinander liegen, damit hier kein Selbstmord ausbricht in den Kommentaren, weil das gesagt wurde. Weil dann ist... Da kannst du die Leute mit triggern, wenn du sagst, deine Stadt ist doof. Ja. Also deine Stadt hat vorhin gesagt. Da ist aber ohne Scheiß. Die Leute gehen richtig an die Decke dabei. Was ich bis heute irgendwie nicht nachvollziehen kann, weil... Weiß ich nicht. Irgendwie... So in Ehre der... Ehre, wem Ehre gebührt, gebührt einer Stadt Ehre. Ich weiß nicht. Wenn ich mir überleg, mit was für Leuten ich auf der Schule war, will ich meiner Stadt nicht unbedingt Ehre zusprechen. Wow. Auch nice. Hallo Schwede... So, wir brauchen noch mehr Gold, 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 Gold... Gold, 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 Gold... Nanananananananana... Nanananananana... Wow. Was denn? Nein! Ich würde gerade ein Skelett bumsen, aber ich hab's... Also, äh... Ach... Nicht falsch verstehen bitte. Ich wollte gerade ein Skelett bumsen, aber ich hab's. Ich hab's. Lass mich es einfach mal so stehen, ja? Das ist super, ey. Was auch immer. Ich hab's. Auf jeden Fall hat es jetzt keine Lust mehr und ist gegangen. Oh, das ist aber ziemlich schnell eingeschnappt, das Skelett. Daddy ist sehr schnell eingeschnappt, das Skelett. Und es ist eigentlich dieses Electronic-Ohr. Kannst du mal U drücken, wenn du drüber haberst. Ja. Aha. Oh, da kann man aber schöne viele Sachen bauen. Slowfall und Flimflame bei Enchantment. Okay. Was ist Flimflame? Weißt du das zufällig? Flimflame? Flimflame ist irgendwie ein Enchantment, das ich nie richtig verstanden habe. Da ist durch eine Mod dazugekommen, aber ich hab's nie richtig genutzt oder verstanden, warum es da ist. Ja. Ich glaube, das muss gerade erst mal die Höhe erreichen, das Ding. Welches Ding? Ne, muss es nicht. Hast du schon den Laser? Bist du schon am Start mit dem Laser? Ne, bin ich noch nicht. Ähm. Ähm. Ich find kein Gold, ey. Was ist das für ein Kack hier? Gold ist aber auch hier unten, ne? Auf dem Level, oder? Das kann sein, ja. Oh. Nochmal die, ja. LOL. Ich hab ein Dier-Dingsbums gefunden hier. Wie heißen die es, wo die vielen Ohren drin sind? Oh, Ferus. Ferus ist auch geil. Und Iron. Iron ist immer schön. So. Okay. All dem ist ein Klamm? Ähm. Ich muss gerade gucken, der Terminal, der Fabricator schmückt sich das, was er soll. Wow. Hört er nicht, der Schlinge? Ne, er will nicht. Und das ist das Problem. Ich weiß halt nicht, wie ich ihn gerade auf dieses Ding hochsetzen möchte, wie ich ihn auf die, auf die, auf die Ding hochsetzen kann. Gibt es hier irgendwas, was ich gerade jetzt sehe, was ihm helfen könnte? So, gehen wir mal hier rüber. Lapis Lazuli. Das ist gut, den können wir uns in Spitzhacker noch ein bisschen pimpen. Beziehungsweise Items, könnte seine noch weiter pimpen. Oh, ey. So. Das passt auch. Okay, ich glaube, dass wir das nicht direkt darüber schaffen. Was, wie, wie, was? Das läuft mit MJ. Bedeutet, wir müssen das mit dem Clockwork Engine hochsetzen. Was läuft auf MJ? Der Generator hier. Was? Welcher Generator? Der hat aber Flux. Hä, verstehe ich nicht. Aua. So, jetzt müsste das Ding noch einig anfangen zu arbeiten hier, unser, unser Rezept. Aber ich habe ja zu wenig Energie. Ich verstehe sowieso nicht, warum die Clockwork Engine keine Animation hat bei mir. Kann sein, dass sie beendet hat, aber... Okay. Braucht die ein Redstone-Signal? Das könnte sein, ja. In Libra. Oh, da ist ein Zombie direkt vor unserer Tür. Darf ich ihn behalten, Manus? Nimm ihn dir. Yay. Katze, darf sich Zombies halten. Da ist mein... Er ist weg. Wie, er ist weg? Du hast ihn nicht etwa entkommen lassen. Du kriegst nie wieder einen Zombie. Ich habe ihn putt gespielt. Ich bringe einen neuen. Er ist noch ein Zombie. Er ist in diesem ganz tiefen Loch. Tschüss, Gelecht. Tschüss, Zombie-Man. Tschüss, Zombie-Man. Tschüss, Zombie-Man. Tschüss, Zombie-Man. Tschüss, Zombie-Man Nummer zwei. Hallo, Creeper-Man. Jetzt sag mal, ihr wollt mich doch alle in die Höhle schmuggeln hier. Soll ich das sagen? Ich glaube, hier unten gibt es kein Gold. Ich bin in der falschen Höhe. Kann das sein? Auf Höhe 12 gibt es Gold. Das weiß ich. Also auf die Höhe von unserem Smiling-Ding und so weiter. Dann ist Gold seltener wie dir. Ich habe nicht einen Goldblock gefunden. Aber 15 Diamanten. Oh, wo bin ich denn hier? Okay. Sag mal. Langsam, aber sicher könntest du auch mal schmelzen hier. Ich finde Yellow-Ride. Oh, Gold-Ohr. Lol. Nehmen wir halt immer was anderes als das, sondern nehmen wir Sand. Und Samt. Okay. Also, jetzt gucken wir mal ganz kurz, was wir überhaupt anordnen müssen. Ich glaube, Tiers war uns. Redstone war es auch. Ich komme erst mal wieder zurück. Okay. Tschub, Tiedel, Tschub, Tiedel, Tschub. Jetzt arbeitet er. Jetzt arbeiten auch die Clockwork-Engines. Was hast du denn gemacht? Was hast du jetzt gemacht? Äh, ich habe jetzt einfach das Rezept mal reingelegt, schon vorab. Hä? Und jetzt weiß er, was da schmelzen muss. Ah, okay. Aber das Problem ist halt jetzt erarbeitet. Das ist halt jetzt doof. Warum? Aber du siehst nicht viel, außer dass die Clockwork-Engines sich bewegen. So, das Rezept müsste jetzt gleich durch sein, eigentlich. Das Problem ist halt, hier müssten wir jetzt gleich, wir müssten gleich Dingen. So, da, wir haben sie. Du warst sogar im richtigen Moment da. Jo, nice. So, das ist das, was wir gebraucht haben. Und jetzt würde ich sagen, lassen wir das auslaufen. Und nehmen das mal wieder mit, weil wir das ja immer wieder brauchen werden. Und schauen uns jetzt mal an, wie wir denn ein bisschen effizienter an das Obsidian kommen können. So, warte mal. Ich tue mal. Obsidian. Wo hast du denn jetzt das Zeugs reingeschmissen? Oh, wir könnten das mit den Zellen craften, theoretisch. Ah, wir könnten das mit den Zellen craften. Soll ich das Gold direkt hier reinschmeißen? Zum Schmelzen? Items? Ähm. Das ist schon Gold. Kannst du, ja. Ja. Ich muss gerade nachdenken, ja, 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 doch, finde ich gut, finde ich gut, die Idee. So, wir brauchen immer noch eine Menge Obsidian. Es gibt einfach keinen leichten Weg, gerade Obsidian zu machen, weil der Extruder wird wahrscheinlich eine Menge kosten. Ja, der kostet halt sein Framework. Der ist an und für sich sogar erschwinglich, aber das Problem ist, wir brauchen dafür das Framework, Leute. Hier in den Frame. Und das ist halt momentan nicht machbar für uns. Deswegen, das ist voll schade. Aber was uns jetzt noch fehlt zum Laser ist, glaubt man, noch, ähm, Obsidian. Aber eine Menge Obsidian. Und mit einer Menge meine ich vier. Vier Obsidian können wir kurz vom Portal wegkloppen, ey. Müssen wir. Nützt nicht. Kann ich Obsidian meinen, ja, ne? Ich weiß nicht. Müsste mit dem Diamanten eigentlich gehen. Wohin. Kapau. Da liegt noch eins. Finkst du das, wenn wir zu zweit draufhauen? Kann sein, dass es dann schneller geht. Lass uns mal das hier unten zu zweit machen. Ja, ich glaub schon. Ja. Sehen wir dann, wenn oben die Prozentzahl, ja, die geht schneller hoch als sonst. Sehr schön. Haben wir. Haben wir. Ja, danke schön, Manus. Nicht so ein Problem. Genau. Was wir jetzt brauchen, ist Redstone. Wir brauchen das Zeug, was wir gerade gemacht haben. Wir haben alles. Wir haben alles, was wir brauchen dabei. Du bist ein Laser bauen jetzt, ne? Ich hab zwei Laser gebaut. Oh. Okay. Bedeutet im Endeffekt, jetzt machen wir einmal ein Laser hier hin. Wow. Und, äh, ein Laser hier hin. Ich glaub nämlich, der dürfte auch noch ansprechen. Können wir das abbauen? Ja, können wir. Machen wir es schon mal von vornherein ein bisschen optisch ansprechen, indem wir den da hin tun. Ähm. Ähm, die müssten allgemein jetzt ein bisschen Ding ziehen. Der Thermading Fabricator ist gerade noch am Energieziehen. Deswegen geht das hier gerade so runter, wer sich wundert. Ähm. Und ich würde sagen, dann fangen wir schon mal damit an. Nämlich der Kompressor braucht, was wir vorhin geguckt haben, für die Tool Forge, um ein bisschen besser, effizienter arbeiten zu können. Ich hab gar nicht nachgeguckt, weil mich das auch gegraut hat. Wollt ihr irgendwie was? Tool Forge vorhin gebaut? Das ist voll erschwinglich. Ja, dafür brauchen wir halt einen Kompressor für die Dense Platten. Dafür brauchen wir ein Iron Chipset. Bedeutet, wir brauchen ein Iron Ingot. Das ist mal unser erstes Ding, was wir hier machen. Ein Iron Ingot und ein Redstone. Und jetzt können wir hier ein Iron Chipset auswählen. Und jetzt fangen die Dinger auch an zu arbeiten hier dran. So. Okay, und wir... Es geht halt sehr langsam los. Okay, und das brauchen wir jetzt, um den Kompressor zu bauen im Endeffekt. Genau, um mit dem Kompressor dann am Ende die Tool Forge zu bauen. Genau. Um mit der Tool Forge größere Items bauen zu können. Und mit den größeren, also besseren Items, wie zum Beispiel mit dem Hammer, können wir dann schneller farmen, um dann mehr Sachen zu bauen, um danach dann die anderen Maschinen zu bauen. Also das ist so ein Schritt, der Weg ist das Ziel gerade. Das Problem ist, dass wir dann... Es geht aber relativ flott dafür, was es tut. Ich würde ehrlich gesagt auch sagen, wir nehmen hier oben mal anstatt Coal dann das Coke Coal. Aber das Problem ist, dass der... Warte mal. Was ist denn? Also der braucht noch ein paar andere Sachen, das weiß ich. Der braucht zum Beispiel auch noch eben diese Copper- und Rubber-Sachen, aber wir haben schon Rubber. Und wir können Rubber anpflanzen. Das ist übrigens was, was ich jetzt machen werde. Wir haben die Rubber-Sapplings und können die oben anpflanzen. Ja, aber der Kompressor brauche EU, ne? Ähm, ja, braucht er. Ich glaube schon. Ja. Hm, wie stellen wir am günstigsten EU her? Oh, jetzt haben wir nicht mehr genug. Wie, nicht mehr genug? Oh Gott. Warte, ich zieh mit auf. So, loslassen. Sonst kriegst du Schaden. Wenn es rot ist, loslassen. Das siehst du. Boing, 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 boing. Ganz knuffig. Jetzt geht es ganz knuffig nach oben. Ja, aber immerhin, wir speisen 30 RF ein. Also 29 RF. Das heißt, die Clock-Engines sind ja bedeutend effektiver wie die andere. Äh, nicht unbedingt. Ne, weil die andere kann uns einen konstanten Verbrauch geben, oder? Ja, aber der linke, der ist wenigstens konstant. Und die Laser müssen sich halt immer wieder aufwärmen, wenn die dann ausgestellt werden zwischendrin. Das Problem ist, die werden auch langsamer, die Clock-Engines. Wenn das dann runtergeht. Ja, die verlieren nach einer Zeit an ihrer Effizienz. Ja, also du hast mal, ja, okay, ja, alles klar. Also die verlieren auch die RF pro Tick, was sie produzieren. Ja, ja, klar. Je nachdem, welche Stufe sie halt sind in dem Moment. Ja, ja, also wie so ein Aufziehauto quasi, was schnell losfährt und immer langsamer wird. Genau. Sonst hätten wir ja eine autarke Energiequelle. Richtig. Was aber auch möglich ist. Es kann ja sein, dass sie einfach nur zeitbegrenzt ist. Meister? Ah, du meinst, dass es zerstört wird nach einer Zeit? Ne, dass zwar immer die gleiche Energie geliefert wird, aber halt nur eine bestimmte Zeit und dann musst du es wieder aufziehen. Aber die liefern ja nicht. Die liefern nicht konstant, ne? Genau, genau. Die liefern leider nicht konstant, das ist richtig. Leider, leider. Aber hey, krieg mal hin. Gibt eigentlich ganz gut aus. So. Wie siehst du die komplette Energie aus dem Ding, sitze wieder raus. Aus dem Thermionic Fabricator. Ne, der verbraucht die Energie momentan oder hat sie verbraucht fürs Ding. Wie, für was? Für das Schmelzen des Glas, was drin war. Da ist Liquid Glas links, das war das, was noch aufwärmen musste. Okay. Na ja, ich halte mal die zwei Motoren hier oben, dass die produzieren. Wir haben schon ca. 85%. Das ist sehr gut. Das, was wir jetzt gerade bauen, ist dann für den Kompressor. Wenn die Musik mal aus lol, hab ich gar nicht gemerkt. All the way up. So, hier. Das hier, Leute, müssen wir abbauen zum Beispiel. Das ist nämlich ein Rubber-Tree. Und Rubber können wir brennen und bekommen dann Rubber. Und Rubber ist Rubber, weil Rubber Rubber ist. Und Rubber brauchen wir. Und den brauchen wir später für den, genau, Rubble-di-Rubble-di-Dubble. Hallo, Creeper-Mann. Bist du misspinni, du kommst hier nicht rein, hihi, Opfer. Oh, da sind böse Zombies. Boah, man hört gerade voll laut, wie ich mir Wasser in dein Glas hieße. Ne, das hat man nicht gehört. Nur das Zudrinnen der Flasche hat man jetzt gehört, als du es angesprochen hast. Aber selbst wenn, ist es kein Problem. Den Menschen aufs Klo gehen ist wichtig. Denk dran, denk an einen Bach. Denk an einen Bach. Ich hab mir Wasser eingegossen. Ich mein... Ey, wir sind fertig. Wir sind fertig? Mhm. Also, das Ding hier ist fertig. Nice. Aber wo ist denn der? Ich bekommst du jetzt zur Aufbewahrung. Ich hab mir gerade aufgenommen. Bekommst du jetzt zur Aufbewahrung? Oh, mein eigener Chip. Möchtest du denn einen Rest für den Kompressor machen? Ja. Dafür brauchst du jetzt nämlich noch Electric Circuits. Und die Electric Circuits machst du mit Rubber Bars. Dafür hab ich dir jetzt gerade Rubber geholt. Müssten sechs Stück sein, genau. Braucht er eine Schnippel in die Schnäppschere, bestimmt. Oder? Ja. Weil ich müsste auch Dings machen. Dafür brauchst du die Schnäppschere. Da brauchst du den Cutter für. Der Cutter ist wieder Eisen. Haben wir noch Eisen gerade geschmolzen? Das ist der Hammer. Das ist ja der Hammer. Der Hammer. 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 Coveringels. Auf jeden Fall. Der Hammer. So. Ich brauch Kupferplatten. Diese Kupferplatten könnt ihr mir hier doch schneiden. So. Sehr schön. Ich würde mal ganz gerne gucken. Haben wir da eigentlich einen Modifier drauf? Drei Modifiers remaining. Kannst du mir die Schere geben? Nee, haben wir die Schere schon. Das ist für so ein Stein. Nee, nicht, dass ich wüsste. Hast du noch Iron Blades? Nee, aber wir haben hier noch Eisen. Bonzo, Bonzo, Bonzo. Wo ist denn das scheiße Eisen schon wieder? Oh, ey. Unsere Ordnung. Ohne Mist. Denk an den Such. An die Suche. Okay. Wir können auch gerade mal ein bisschen was von dem Eisen, was wir noch haben, einschmelzen. Muss ich aber immer wieder unten neu eingeben. Die Suche funktioniert, dann muss ich das aber schon unten eingeben, ne? Nee, du musst nur drüber havbern. Über dem Item. Also, wenn das Item so findest, dann ja. Oh, ich denke, ja, ich denke. So. Wir hatten das Ganze eigentlich vor, dass wir jetzt irgendwann die nächste Zeit das ME-System machen. Um das noch ganz mal kurz zu zeigen, Akzeptor, der Energy-Akzeptor, ist das Problem dabei. Nämlich die Certo-Squads-Range hier. Wofür wir das hier brauchen. Wofür wir neun jeweils davon brauchen, für eins davon. Und das gibt uns dann nur eins davon. Bedeutet, wir brauchen insgesamt 18 davon. Dafür brauchen wir 18 davon. Und dafür brauchen wir eine Menge Enderpearls, eine Menge Magmaslimes. Und dafür müssen wir in den Neter. Und eine Menge Farmen. Das ist halt das Problem. Aber es ist machbar. Wir können auch Enderpearls theoretisch aus den Enderfragmenten kriegen. Und auch aus Crap-Boxen, Mana-Infusionen, Elfen-Graids. Aber auch zum Beispiel über Casting-Tables. Trails, genau. Und über Dungeons. Also der Neter ist die schnellste Variante, das zu finden. So. Ich finde das voll gemein, dass das Eisen weg ist. Okay, jetzt ist wieder viel Eisen da. Der Katze hat ein bisschen Eisen reingeschmeißt gerade. Ja, ich brauche noch einen Block. Gut, aber liebe Menschen. Glaube, oder? Es ist wieder soweit. Ähm, warte, ich könnte... Nur wenn du willst, könnte ich noch schnell den Kompressor und so... Ja, Kompressor! Kannst du mir den Rubber geben? Mr. Rubberman? Ich habe das schon. Nein. Hast du gebrannt? Doch, da habe ich rubber. Aber den Rubber-Bars brauchst du, du musst noch brennen. Okay, dann hat es sich erledigt. Es dauert nicht lange, bis die gebrannt sind. Kannst du auch zwei Öfen verteilen. Wir haben ja das Holz. Ja. Ähm... Rubber. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da, 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 da. Und da, was braucht man? Äh, insgesamt sechs Stück. Wir brauchen, oh, wir brauchen noch ein Iron Blade. Das ist gar nicht einfach. Es bricht gerade Stress aus. Wow, nice. Patsche gesprengt. Oh man. Was ist das? Was ist das? Habt ihr den Move gesehen? Ah! Was bist du denn für ein Strohhut? Wo gibt es da? Okay, Spiral Stone. Nein. Wo gibt es da? Nein. Was fehlt denn? Stone? Stone? Lol. Stone? Und? What? Ist machbar. Hä? Das ist schlecht. So, Stone. Weil ich vergiftet bin und gegen den Enderman. Ähm. Katze hingefallen. Katze Pult. Katze Pult, der geht. Totes Katze, die nicht lebt. Da. Da ist mein, mein Home. Wo ist mein Tod? Da ist mein Todespunkt. Oh, wir brauchen noch ein Todespunkt. Ich wollte den Enderman klatschen, damit wir eine Enderpearl haben, Menschen. Damit er weiterbauen kann mit dem Plast Furnace. Das wäre geil gewesen. Das wäre eine ganz tolle Sache gewesen. Ja. Das wäre eine nette Katze gewesen. Aber ich gebe meine Hoffnung dahingehend nicht auf. Oh, jetzt habe ich ihn ins Wasser geschlagen. Das wird ein bisschen schwierig. So, jetzt aber erst mal das gute Stück. Wow. Immer noch nicht. Ich würde mich doch abrollen, oder? Nein. Ich habe da eine Ironblade im Inventar. Was ist denn dein scheiß Problem? Dann baue ich es mit der Hand. So. 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 Oh nein. Ich bin in dem Arsch. So, wir müssen das wieder aufbauen ein bisschen, weil das ist unsere Farm. Die brauchen wir. Glück ist das der Teil, den wir erarbeitet haben. Ei. Oh, springende Katze. Jetzt. So. Warte. Das schmeißen wir da rein. Wo ist denn der Enderman hingelaufen? Der wird doch hier jetzt irgendwo sein. Da vorne ist er. Weil wir kriegen das hin. Enderman, ich habe mich dazu entschlossen, dass du mir die ganze Sachen gibst, die ich von dir will. Ich habe ihn extra mit einem Looting-Schwert getötet und er hat keine Enderpearl gedroppt. Ja, ist bedauerlich, Mann. Das ist bedauerlich. Sehr ärgerlich. Ja. Wir müssen auch bald mal irgendwie mit Natursachen anfangen, aber dazu müssen wir immer noch das Haus bauen. Mit was, du sagst? Das Haus bauen müssen wir auch noch irgendwann. Ja. Ja, hast du vollkommen recht. So, das, was ich aber gerade machen wollte, können wir trotzdem noch machen. Und zwar die Ruba-Dingens-Baumen hier. Ja, sogar in dem Fall richtig, weil wir wollen Bäume pflanzen. Das ist nicht mehr rausgekötzt, Loil. Wirk? Wirk. Nice. Und wir haben eine Menge Holz dabei. Ich verstehe es nicht. Das ist ein Skeletti, Betty. Ey! Wir haben einen Kompressor. Hui! 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 Nur noch nicht aufstellen am besten. Okay. Deswegen, dann machen wir hier einen zweiten Raum für. Fertig, fertig, fertig. Hui! Hui! Dann können wir den nämlich ganz kurz machen. Und das bedeutet, wir sind näher an der Tool for Orch als vorher dran. Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, schaut auf jeden Fall beim Manus vorbei. Yeah, oder bei Items, Items, Items. Ich glaube, ich hatte die Anmutter. Ähm. Hatste. Ja, genau. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung, einen Kommentar da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Minecraft Hybris. Schaut auf jeden Fall gerne mal noch die anderen Folgen, wenn ich sie noch nicht gesehen habe. Tschüss! Tschüss!